also meine lieben leute willkommen zum allerersten auto video dieses jahr und zwar zum rolling shoot 2.0 wir fangen gleich an mit einem meines lieblings autos ein challenger die fahrfilms baut noch auf und dann lassen wir mal schauen was wir heute so alles schönes machen können wetter ist naja bewirkt aber extrem warm von daher alles gut wir sehen uns später so 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 so